Da sind wir wieder. Wir spielen mal noch eine Runde Tank Superiority und dann werden wir mal eine normale Karte zocken. Ich möchte mal gucken, ob die Pause... also ich habe seit fünf Wochen keine normale Karte mehr gespielt. Mal gucken, ob die Pause sich positiv oder negativ ausgewirkt hat. So, jetzt ist es unbequem. Irgendwie habe ich meine Pole Position hier auf dem Stuhl heute noch nicht gefunden. Wieso Aufklärer? Aufklärer nennt man das. Okay. War das nicht sonst immer der mit dem Scharfschützen-Dings? Der Sniper? Jetzt wird es Zeit. Ich konnte nicht mehr fahren. Nun gut. Kein Panzer? Ja. 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 was net also a was gonna is it was Der Feind hat fast keine Besatz mehr, gib ihm den Rest! Juhu! 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 Werden wir sehen! Juhu! Bewegt euch! Es geht los! Juhu! Juhu!